In einem Land im Königsreich lebt eine Königin. Sie war die schönste Frau auf der Welt. Sie wusste das, weil sie eine Klugapplikation hatte. Im Königsreich hat auch eine Putzfrau Schneewicken gelebt. Eines Tages fragte die Abt zum Königin, dass sie nicht mehr die schönste Frau im Königsreich ist. Jäger müsste Schneewicken tüten. Schneewicken und Jäger hat im Wald gerannt. Aber er konnte nicht Schneewicken tüten. So, er hat nur ihre Haare geschneidet. Schneewicken war sehr lange Zeit in dem Wald. Sie hat Hunger gehabt. So, sie hat die Pilzen gegessen. Dann hat sie sieben Zwergen gedehnt. Sie haben Schneewicken weg zum Hütte geschaut. Sie lebte und arbeitete dort. Nach Winter hat die Haare heranwachsen. Die Applikation hat zum Königin geschaut, dass sie ist nicht mehr am schönsten. Königin möchte ihr tüten. Aber das Prinz hat das gewusst und hat die Schneewicken eine SMS geschickt. Königin hat sich umgezogen und die Schneewicken hat eine Apfel gebracht. Schneewicken hat der vergiftete Apfel zum Königin gegeben und sie hat gestirbt. Ein Prinz hat gekommen und sie haben zusammen gelebt. Wir sagen auchienia. atory. Vielen Dank.